Fitness mit Marc Folge 281 Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Willst oder darfst du gerade von zu Hause trainieren? Dann ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. Es geht um das Erdermark-Formel, das richtige Krafttraining. Und das hilft dir dabei, nackt gut auszusehen, dein Körper zu stehlen, definiert zu werden und deine körperlichen Ziele zu erreichen. Egal, ob es dir um reine Ästhetik geht, ob du dich einfach gut fühlen willst oder ob du vielleicht in einer Sportart ein stabiles Kraftfundament entwickeln willst. Wir setzen heute fort. Dies ist der zweite Teil einer Miniserie über das Training mit deinem eigenen Körpergewicht. Teil 2 der ultimativen Anleitung fürs Bodyweight Training. Der Vorteil ist, und da haben wir in der letzten Folge 280 schon drüber gesprochen, du brauchst eigentlich nichts außer dein eigenes Körpergewicht. Und wir setzen heute genau dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Heute geht's ans Eingemachte. Du bekommst konkrete, weltbeste Übungen mit an die Hand. Die besten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und wie du die in die Tat umsetzt. Also ein Workout für zu Hause. Lass dich überraschen. Bis gleich. Sponsor der heutigen Folge ist Readly. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mit Magazinen groß geworden. Mein Vater und ich, wir hatten so ein Ritual. Wir sind samstags immer in den Supermarkt gefahren, haben Lebensmittel fürs Wochenende eingekauft. Ja, und am Ende haben wir uns 15, 20 Minuten, manchmal auch länger Zeit genommen und am Zeitschriftenregal gestöbert und dann ein paar Magazine auch immer mitgenommen. Auch heute haben Magazine für mich immer noch was Magisches, Entschleunigendes und Faszinierendes. Vielleicht wegen dieser schönen Erinnerung von früher, dieses Gefühl habe ich immer noch. Vielleicht aber auch, weil ich damit so gut abschalten kann und mich gleichzeitig mit Dingen beschäftigen kann, die mich interessieren. Readly ist vom Prinzip her wie Spotify, nur eben für Magazine. Du zahlst 9,99 Euro im Monat und hast im Gegenzug Zugriff auf über 4.800 Magazine aus aller Welt. Über die Readly App hast du also das komplette Zeitschriftenregal immer auf all deinen Lieblingsgeräten mit dabei. Und das Coole daran ist, und das ist anders als am Zeitschriftenregal, du hast nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern auch ältere Ausgaben, die du lesen kannst. Als Fitness mit Mark Hörer bekommst du Readly für zwei Monate kostenlos. Du kannst also, wenn du willst, die 4.836 Magazine in zwei Monaten durchlesen, gehst auch dabei gar keine Verpflichtung ein und hast unbegrenzten Zugriff für diese zwei Monate. Und dann kannst du entscheiden, ob du länger dran bleibst. Das Angebot ist zeitlich befristet, also geh am besten jetzt auf readly.com-fmm und sichere dir für zwei Monate kostenlosen, unbegrenzten Readly Zugriff. Fünf Magazine, die ich gerne lese, habe ich dir da auch zusammengestellt. Also geh einfach auf readly.com-fmm wie Fitness mit Mark. Ja, heute geht es um das Erder-Mark-Formel, das Training mit dem eigenen Körpergewicht und wie du das nutzt, um Muskeln aufzubauen und deine Kraftziele zu erreichen. Lass uns kurz wiederholen, worum ging es in der letzten Folge und falls du die noch gar nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör die zuerst und dann komm wieder an diese Stelle zurück und dann machen wir hier weiter. Wir haben in der letzten Folge besprochen, was ist denn eigentlich Bodyweight Training, wie definiert man das, also worüber reden wir eigentlich. Erinnerst du dich noch an die sieben Prinzipien, die wir besprochen haben? Das war kurz zur Wiederholung das erste Prinzip, das der kontinuierlichen Überlastung. Das heißt, du willst deine eigenen Rekorde brechen und so deine Komfortzone mit jedem Training etwas weiter ausweiten. Wenn du das nicht machst, dann stagnierst du. Deswegen ist das erste Prinzip sogar das Wichtigste. Beim zweiten Prinzip geht es um die Trainingsintensität. Du willst also nicht zu lasch trainieren und auch nicht zu intensiv. Nummer drei, da geht es um die optimale Wiederholungszahl. Je nach Zielsetzung, wenn du stärker werden willst, dann wählst du eine andere Wiederholungszahl, als wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Und wenn du Kraftausdauer entwickeln willst, dann wählst du nochmal eine andere Wiederholungszahl. Prinzip Nummer vier, da geht es um das optimale Gewicht für dein Training. Nummer fünf, die optimale Satzpause. Bei sechs geht es um das optimale Tempo. Und das Prinzip Nummer sieben ist das Prinzip der Abwechslung. So, die wollen wir nicht im Detail nochmal besprechen, dafür ist die letzte Folge da. Jetzt starten wir durch. Wir reden über die besten Übungen, wenn du Fortschritte machen willst. Erinnerst du dich noch an die Big Six? Ja, das ist schon ein bisschen her. Die hatten wir in Folge 13 mal besprochen. Also was sind die sechs besten Muskelaufbauübungen? Ja, und falls du dich nicht mehr erinnerst, dann gehen wir die gleich nochmal durch. Die Big Six habe ich damals definiert als Übungen, die du mit Lang- oder Kurzhanteln durchführst. Weil das nun mal auch das effektivste Trainingsprinzip ist. Ja, und manchmal haben wir eben keine Lang- und Kurzhanteln. Deswegen erfährst du jetzt, wie du das Konzept der Big Six ganz leicht auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht übertragen kannst. Und auch hier nochmal der Hinweis, die heutige Folge basiert auf einem Gastartikel, den der großartige Patrick Bauer, das ist der Gründer des Fitnessblogs For Your Fitness, für Marathon Fitness geschrieben hat. Patrick ist ein absoluter Experte fürs Bodyweight Training. Deswegen bin ich auch froh, dass ich ihn für diesen Gastartikel gewonnen habe. Ja, und das hier ist sozusagen die Audio-Version seiner Inhalte. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Kriterien, die eine effektive Kraftübung erfüllen sollte. Das sind vier Kriterien. Erstens, eine solche Übung ist funktionell, das heißt, sie bildet alltägliche Bewegungsmuster ab. Zweitens, sollte sie möglichst viel Muskelmasse gleichzeitig beanspruchen. Drittens, mehrere Gelenke. Involvieren. Und viertens, sollte sie viel Energie, also viel Kalorien benötigen, um sie durchzuführen. Jetzt lass uns mal einen genaueren Blick darauf werfen, mit welchen Übungen du diese Kriterien einerseits erfüllst und die Big Six trainieren kannst. Also mit welchen Bodyweight Übungen. Lass uns jetzt die Big Six einmal durchgehen. Und dann schauen wir mal, wie du die mit deinem Körpergewicht gut abbilden kannst. Das erste grundlegende Bewegungsmuster, die erste Übung der Big Six, das sind die Kniebeugen. Ja, und mit dem eigenen Körpergewicht kannst du Kniebeugen ganz genauso durchführen wie mit langen oder Kurzhanteln. Jetzt stellst du natürlich ziemlich schnell fest, die Bodyweight Kniebeuge ist sehr viel leichter als die Kniebeuge mit Zusatzgewicht. Ganz klar. Aber du kannst die Bodyweight Kniebeuge auch schwerer machen, zum Beispiel indem du Pistol Squats machst, also ein Bein Kniebeugen. Du kannst aber auch ein Sumo Squat machen und du kannst sogenannte Skater Squats machen. Also da gibt es verschiedene Varianten. Bewegungsmuster Nummer 2, das sind die Ausfallschritte. Auch da kannst du mit dem eigenen Körpergewicht Varianten durchführen. Ausfallschritt nach hinten, Ausfallschritt nach vorne, seitliche Ausfallschritte oder den bulgarischen Split Squat. Übung Nummer 3 ist das Kreuzheben. Auch hier gibt es schöne Varianten mit dem eigenen Körpergewicht, die Standwaage, den Hip Thrust, die Brücke, den Einbein Hip Thrust oder die Einbein Brücke. Variante Nummer 4 ist die Druckübung. Was gibt es da mit dem eigenen Körpergewicht? Ganz klar. Den Liegestütz und seine Varianten, zum Beispiel den Diamant Liegestütz. Die ganz hartgesortenen, die können den Handstand Liegestütz durchführen. Das ist wirklich was für Profis. Oder auch für das stark Fortgeschrittene den Einarm Liegestütz. Es gibt auch solche Variante wie den Pike Push Up, wo du eben auch sogar mehr noch die Schultern forderst oder auch Dips. Bewegungsmuster Nummer 5 sind Zugübungen, also Ziehen. Da gibt es mit dem Körpergewicht ganz klar die Klimmzüge. Es gibt L-Sit-Klimmzüge. Krabbeln, umgekehrtes Rudern, zum Beispiel am Tisch. Handtuchrudern, zum Beispiel an einer Tür. Oder auch für Fortgeschrittene der Muscle Up. Ja, bleibt noch das sechste Bewegungsmuster. Das ist die Rumpfrotation. Hier gibt es zum Beispiel den Reverse Crunch, den Unterkörper Russian Twist, Bauchaufzüge, Beinheben im Liegen oder eine seitliche Planke. Es gibt ein ziemlich cooles Buch für Bodyweight Training. Das nennt sich Trainieren wie im Knast. Autor ist der Paul Wade. Und der verfolgt in diesem Buch übrigens ein ähnliches Konzept. Da siehst du auch, wie viele Möglichkeiten du hast, nur mit dem eigenen Körpergewicht diese sechs Bewegungsmuster abzubilden. Und wir stellen trotzdem relativ schnell fest, dass wir zwar viele mögliche Übungen haben, aber das Training mit dem eigenen Körpergewicht stellt uns trotzdem vor ein Problem, das wir beim Handeltraining nicht haben. Wenn wir zur nächst schwereren Übung übergehen, dann ist das beim Bodyweight Training ganz häufig so, dass sich der Widerstand schlagartig erhöht. Du hast also nicht diese feine Granularität, die du beim Handeltraining hast, indem du einfach eine kleine Handelscheibe auflegst. Es kann also gut sein, dass sich von einer Stufe auf die nächste der Widerstand verdoppelt, gegen den du arbeitest. Lass uns zum Beispiel die Kniebeuge nehmen. Von der regulären Bodyweight Kniebeuge zur Einbeinkniebeuge verdoppelt sich der Widerstand. Ja, wie lösen wir das Thema? Es gibt einen Kunstgriff, den du verwenden kannst. Und dazu veränderst du die Übung selbst. Ich stelle dir jetzt fünf verschiedene Möglichkeiten, fünf verschiedene Wege vor, wie du eine Bodyweight Übung leichter oder schwerer gestalten kannst. Du kannst jede Bodyweight Übung erschweren oder du kannst sie auch leichter machen, wenn sie zu anspruchsvoll für dich ist. Und das hilft dir dabei, das Prinzip der kontinuierlichen Überlastung, das wichtigste der sieben Muskelaufbau-Prinzipien, in die Tat umzusetzen. Natürlich kannst du auch die folgenden fünf verschiedenen Techniken miteinander kombinieren, um einen optimalen Trainingseffekt zu erzielen. Also lass uns die mal durchgehen. Hier sind die fünf Möglichkeiten, die du hast. Möglichkeit Nummer eins, du veränderst den Hebel. Und das tust du, indem du deinen Körperschwerpunkt verlagerst. Und damit kannst du den Hebel und damit den Widerstand verändern, gegen den deine Muskeln arbeiten. Indem du zum Beispiel beim Liegestütz die Beine erhöhst und sie eben nicht auf dem Fußboden, sondern zum Beispiel auf einer Bank platzierst, müssen deine Arme dann mehr Arbeit verrichten. Wenn du also die Möglichkeit hast, bei einer Übung den Hebel zu verändern, dann solltest du das auch nutzen, indem du dann in genau den Wiederholungsbereich kommst, der für dein Trainingsziel ideal ist. Zum Beispiel würdest du auf acht bis zwölf Wiederholungen pro Satz abzielen, wenn du deine Muskeln aufbauen oder Fett abbauen möchtest. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, dass du die Bewegungsamplitude veränderst. Was heißt das? Nun, die Bewegungsamplitude ist ja der Bewegungsumfang einer Übung. Also zum Beispiel der Umfang beim Liegestütz von ganz unten, du liegst auf dem Boden, deine Brust berührt den Boden, bis Arme sind ausgestreckt. Das ist die Bewegungsamplitude. Und indem du den vollen Bewegungsumfang deiner Gelenke ausnutzt, erhöhst du die Intensität einer Übung. Und die Übung wird umgekehrt leichter, wenn du den Bewegungsumfang einschränkst. Nehmen wir nochmal den Liegestütz. Wenn du in der unteren Position mit der Nase den Boden touchierst, dann ist das viel anstrengender, als wenn du den Körper nur halb absenkst. Trotzdem solltest du dir für jede Übung vornehmen, der vollen Bewegungsamplitude immer näher zu kommen, um sie irgendwann dann auch zu erreichen. Das bringt mich zur dritten Möglichkeit, zum dritten Weg, den du hast, um die Schwierigkeit einer Übung anzupassen. Du kannst die Geschwindigkeit variieren. Hier sind wir wieder beim Prinzip des optimalen Tempos. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal besprochen. Je langsamer du eine Übung nämlich durchführst, desto höher ist die Intensität. Und je schneller du eine Übung durchführst, desto niedriger ist die Intensität. Wenn die Anzahl Wiederholungen gleich bleibt natürlich. Das heißt, wenn du 10 Liegestütze in Highspeed durchführst, dann ist das leichter, als wenn du die in Superslow machst. Viertens, du kannst eine Übung unilateral durchführen. Auch das ist eine Möglichkeit, sie zu erschweren. Und das ist häufig auch die Königsdisziplin einer Bodyweight Übung. Ihre unilaterale Variante. Was heißt das? Nun ganz einfach, das ist die einseitige Variante einer Übung. Also zum Beispiel ein Bein Knie beugen statt Knie beugen. Oder ein Arm Liegestütze statt Liegestütze. Oder ein Arm Klimmzüge statt Klimmzüge. Was passiert da? Na klar, der Hebel ist der gleiche. Aber der Widerstand verdoppelt sich. Dadurch, dass du das Ganze eben mit einer Körperseite bewältigen darfst. Und das bringt mich zum fünften und letzten Weg. Du nutzt Trainingsmethoden und Intensitätstechniken. Trainingsmethoden und Intensitätstechniken im Krafttraining sind ein eigenes Kapitel. Nehmen wir zum Beispiel die Methode der abnehmenden Sätze. Die hast du in der letzten Folge, in der 280 schon mal kennengelernt. Und Trainingsmethoden sind definitiv Stoff für eine eigene Folge. Deswegen gibt es auch eine eigene Folge dazu. Und das ist die Folge 77. Also wenn du hier mehr Input brauchst, dann hör dir einfach nochmal die Folge 77 an. Da stelle ich dir zusammen mit meinem Freund Behrendt Breitenstein eine Reihe von Trainingsmethoden vor. Und die kannst du wunderbar auch fürs Bodyweight Training verwenden. So und bevor wir gleich ins Training gehen, will ich dir nochmal ein Beispiel rauspicken und dir zeigen, wie du den Widerstand verändern kannst. Nehmen wir mal das Beispiel Liegestütz. Hier sind 13 Möglichkeiten, wie du den Liegestütz leichter oder schwerer gestalten kannst. Ich fange mal mit ganz leicht an. Erste Stufe Liegestütz gegen die Wand. Also das heißt, dass du dich mit den Händen an der Wand abstützt und deine Füße auf dem Boden positionierst. Das ist die einfachste Variante. Zweite Stufe Liegestütz mit den Händen auf einer brusthohen Auflage. Dritte Stufe der Liegestütz mit den Händen auf einer hüfthohen Auflage, also zum Beispiel einem hohen Tisch. Stufe 4 wäre der Liegestütz mit den Händen auf einer kniehohen Auflage, zum Beispiel einer Bank. Fünfte Stufe der klassische Liegestütz auf dem Boden. Ja und wenn du dann noch weiter gehst, dann erhöhst du die Beine. Sechste Stufe Beine leicht erhöht, vielleicht auf einer Stufe. Siebte Stufe Beine kniehoch, zum Beispiel auf einer Bank. Stufe 8 wäre der einarmige Liegestütz, aber hier erhöhst du wieder den Oberkörper. Zum Beispiel hast du eine Hand auf dem Ball und die andere auf dem Boden. Neunte Stufe, einarmiger Liegestütz, eine Hand am Tisch, die andere auf dem Rücken. Also hier hast du nur noch die eine Hand, aber du befindest dich eben ein bisschen höher mit dem Oberkörper. Stufe 10, einarmiger Liegestütz mit der Hand auf einer kniehohen Auflage. Dann 11. Stufe Einarm Liegestütz, Hand auf dem Boden. Also der klassische einarmige Liegestütz sozusagen. Stufe 12, Einarm Liegestütz, Beine leicht erhöht. Und dann die 13. und schwerste Stufe wäre der Einarm Liegestütz mit den Beinen kniehoch. Also zum Beispiel auf dem Tisch oder auf einer Bank. Ja und du kannst das Ganze auch noch weiter erschweren, indem du zum Beispiel ein Bein dann anhebst. Das heißt, du hast dann nur noch einen Arm und einen Fuß auf dem Boden. Also da kann man ganz viel machen. Das nur mal ein Beispiel. Und du kannst mit anderen Übungen auch mit ein bisschen Kreativität und den 5 Wegen, die du eben kennengelernt hast, eine Übung auch anpassen, sodass du eben in dem für dich optimalen Intensitätsbereich trainierst. So und jetzt bringen wir das Ganze mal zusammen. Wie baust du da ein Training draus? Eins vorweg, der beste Trainingsplan ist völlig nutzlos, wenn du ihn nicht umsetzt. Und diese Umsetzung, das ist der einzige Punkt, den ich dir mit dieser Folge nicht abnehmen kann. Aber wie ein effektiver Trainingsplan aussieht, da kann ich dir helfen. Du solltest erstmal einen Punkt bedenken. Körperliche Veränderung findet auf mehreren Ebenen statt. Und das ist ja auch der Gedanke der Markformel. Es beginnt immer damit, dass du weißt, wo du hin willst. Also du hast ein Ziel vor Augen. Zum Beispiel willst du Muskeln aufbauen. Woran würdest du merken, dass du dein Muskelaufbauziel erreicht hast, wenn das das Ziel ist? Vielleicht willst du auch abnehmen. Fakt ist, du brauchst ein klar definiertes Ziel. Du brauchst aber auch eine ausgewogene Ernährung, das Ader Markformel. Und das spielt eine wesentliche Rolle, wenn du sichtbare Veränderungen möchtest. Ja und erst dann kommen deine Muskeln, erst dann kommt das Krafttraining. Und dann kommt eben auch die Bodyweight Übung. Und die solltest du auf deine Ziele ausrichten, sodass sie dich weder über- noch unterfordern. Diese individuelle Anpassung deines Trainingsplans, die ist vielleicht der wichtigste Erfolgsfaktor im Bodyweight Training. Denn darauf läuft alles hinaus, was wir heute in dieser Folge und in der letzten Folge besprochen haben. Du willst ja einen wirksamen Trainingsreiz setzen, sodass dein Körper dann darauf reagiert und sagt, Mensch, ich glaube, ich bin hier zu schwach oder ich muss Muskeln aufbauen oder Kraft aufbauen, damit ich in Zukunft gewappnet bin. Und ich habe dir mal zwei mögliche Trainingspläne mitgebracht. Einen für Einsteiger und einen für Fortgeschritten. Die Pläne beschreibe ich jetzt einmal kurz und ich will die Tabelle hier nicht vorlesen. Das würde wahrscheinlich dich langweilen. Du findest die Pläne wirklich zum Nachlesen in den Shownotes zur heutigen Folge. Also, die Pläne sind so aufgebaut, dass du drei Workouts hast, die du einmal pro Woche trainierst. Und wenn du schon fortgeschritten bist, dann kannst du diese Workouts auch viermal pro Woche trainieren. Jeder Trainingstag besteht aus vier Bodyweight Übungen. Und die kannst du in so 20 bis 30 Minuten absolvieren. Das heißt, in Summe kommst du pro Woche auf anderthalb bis zwei Stunden Training. Das geht, oder? Wichtig ist, dass du diese Trainingstage möglichst gleichmäßig über die Woche verteilst. Und, und da bist auch du gefragt, du wählst die Schwierigkeit einer Übung so, dass du im vorgegebenen Wiederholungsbereich bleibst. In dem Trainingsplan benutze ich deswegen als Übungsbeschreibung nur einen Oberbegriff. Und der steht stellvertretend für die Variante der Bodyweight Übung, die deinem aktuellen Trainingsstand gerecht wird. Das heißt, die meisten Anfänger sollten also keinen Handstand Liegestütz machen, sondern die einfachste Variante dieser Übung wählen. Dieser Überkopfdrücken Übung. Das wäre dann simples Überkopfdrücken bei gebeugter Hüfte gegen eine Wand. Und als letzten Grundsatz nochmal zwischen jedem Trainingssatz machst du 60 Sekunden Pause. Was sind die vier Übungen, die du in Workout 1 absolvierst? Das sind zuerst Klimmzüge, dann Liegestütze, dann Kniebeuge und als letztes Beinheber. Übrigens, du musst dir das nicht merken, ich stelle dir das nur einmal kurz vor. In den Shownotes findest du da weitere Infos zu. Workout B, da fängst du an mit Handstand Liegestützen, dann der Brücke, Klimmzüge und als letztes Ausfallschritte. Und Workout C sieht dann so aus. Liegestütze, Meihenheber, Handstand Liegestütze und die Brücke. Du siehst also, das sind so Basic-Übungen, die kannst du dann auf dein Trainingsniveau anpassen. Und auch bei den Trainingssätzen, je nachdem ob du Einsteiger oder Fortgeschrittener bist, wählst du eine andere Anzahl von Setzungen und auch einen anderen Wiederholungsbereich. Das findest du alles in den Shownotes. Ich empfehle Anfängern, wenigstens vier bis sechs Wochen im Kraftausdauer-Trainingsbereich zu bleiben. Also 15 bis 20 Wiederholungen jeweils, bevor du dich in den Muskelaufbaubereich mit unter 15 Wiederholungen vortastest. Und hier ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, protokolliere dein Training. Druck dir wirklich einen Trainingsplan aus oder pack ihn dir aufs Handy oder wie auch immer du trainierst. Vielleicht nutzt du auch eine Trainingsplan-App. Also programmier dir da deine Trainings ein oder schreib sie dir auf und dann protokollierst du, wie viele Sätze du jeweils in einem Workout geschafft hast, wie viele Wiederholungen du geschafft hast und so weiter. Und dann siehst du von Woche zu Woche, von Workout zu Workout, wie du besser wirst und versuchst natürlich deine alten Rekorde zu brechen. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn du wirklich schwarz auf weiß siehst, wie du von Woche zu Woche stärker wirst. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Körper sich verändert, dass deine Muskeln sich verändern, dass du stärker wirst, dass du auch bald dann sichtbare Fortschritte erzielst. Im Prinzip hast du jetzt schon alles, um direkt durchzustarten. Es gibt also keine Ausrede mehr, jetzt auf das richtige Krafttraining zu verzichten. Ja und wenn du dranbleiben, wenn du mehr erfahren willst, dann empfehle ich dir noch zwei Bücher, über die du dich über die Übungen auch nochmal mehr informieren kannst. Das erste Buch hatte ich eben schon erwähnt, das ist von Paul Wade, nennt sich Trainieren wie im Knast. Das ist ein echter Klassiker. Es ist eine Übersetzung auf dem Englischen, das Original heißt Convict Conditioning. Gibt es seit einigen Jahren auch, Gott sei Dank, als deutsche Übersetzung, heißt dann eben übersetzt Trainieren wie im Knast. Das Buch kostet 20 Euro, die sind wirklich gut investiert. Und das Schöne ist, das Trainingsprogramm ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene gut durchführbar. Das Schöne ist, dass Paul Wade in dem Buch auch Progressionen darstellt, also wie du vom Kniebeugen zur Pistol Squat kommst, wie du vom Liegestütz zum Einarmliegestütz kommst oder wie du auch zum Handstandliegestütz kommst. Wenn du Kraftsportler bist oder auch wenn du gerade erst einsteigst, dann wirst du von diesen Informationen in dem Buch profitieren, das sage ich dir. Und da sind auch Workoutprogramme drin, die sind abwechslungsreich gestaltet und die versprechen auch eine Menge Spaß. Also, das ist Paul Wade, Trainieren wie im Knast. Und das zweite Buch ist von dem bereits erwähnten Pat Bauer, Patrick Bauer. Und es nennt sich einfach Bodyweight Training. Wenn dir diese Miniserie also geholfen hat, dann empfehle ich dir, schau dir einfach mal Patricks Buch an. Das ist eine ideale Fortsetzung für diese beiden Folgen. Und da erfährst du nicht nur, warum das Training mit dem eigenen Körpergewicht eine gute Idee ist, sondern Patrick nimmt dich auch an die Hand und zeigt dir mehr als 80 Übungen, die auf dein Fitnesslevel angepasst sind. Und er gibt dir auch noch weitere Trainingspläne mit an die Hand, sodass du eben auch das Prinzip der Abwechslung mit dem eigenen Körpergewicht umsetzen kannst. Die Links zu den beiden Büchern packe ich dir nochmal in die Shownotes. Also, wenn du das Ganze jetzt über deine Smartphone-App hörst, kannst du sie da auswählen. Und ich komme jetzt zum Ende für die heutige Folge und damit auch zu dieser Miniserie. Im Prinzip kennst du jetzt die wichtigsten Geheimnisse des Trainings mit dem eigenen Körpergewicht. Und du weißt, wie du das Bodyweight Training nutzen kannst, um deinen Körper damit nachhaltig zu transformieren. Also diese Grundsätze. Es ist nämlich so, du kannst mit deinem eigenen Körpergewicht deine Muskeln auch ohne Geräte und ohne Fitnessstudio richtig fordern. Wenn du zwei Dinge berücksichtigst. Das erste ist, dass du die sieben Grundprinzipien des richtigen Krafttrainings, und die sind wir in der letzten Folge durchgegangen, überträgst auf das Bodyweight Training. Und zweitens solltest du auch diese sechs grundlegenden Bewegungsmuster auf das Bodyweight Training anwenden. Und wie du beides machst, dafür hast du jetzt schon einige Beispiele gehört. Und der entscheidende Punkt ist, dass du jetzt den nächsten Schritt gehst und ins Handeln kommst. Zum Beispiel mit dem Trainingsplan, den du in den Show Notes findest. Und der allerwichtigste, der vielleicht kritischste Faktor beim Bodyweight Training ist die individuelle Anpassung deines Trainingsplans. Du gehst hier also weniger über das Gewicht, sondern mehr noch über die Übung, die du so anpasst, dass du wirklich einen wirksamen Trainingsreiz setzt. Das macht das Bodyweight Training einerseits abwechslungsreicher als das Training mit Handeln, andererseits aber auch anspruchsvoller. Weil du eben sehr viel in der Übung variieren darfst, um dich optimal zu belasten. Ja und wenn du das schaffst, wenn du diesen wirksamen Trainingsreiz setzt, dann beginnt dein Körper sich zu verändern. Und dann fühlst du von Woche zu Woche, wie du stärker wirst. Und nach vier bis sechs Wochen wirst du schon erste Veränderungen im Spiegel sehen. Und wenn du richtig gut dran bleibst, dann wirst du auch nach zwei bis drei Monaten wahrscheinlich schon von Menschen angesprochen werden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf diesem Weg. Vielleicht ist jetzt auch ein Zeitpunkt, wo du gerade einsteigst und in zwei, drei Monaten zurückschaust und sagst, Mensch, ich habe mich ganz schön zu Positiven verändert. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg diese Woche. Und nächste Woche haben wir ein ganz anderes Thema. Da geht es um das mentale Training. Und das auf eine ganz andere Weise, als du das vielleicht erwarten würdest. Und diese Spannung, die löse ich dann mit der nächsten Folge auf. Bis dann. Diese Folge wurde dir präsentiert von Readly. Readly bringt den Zeitschriften-Kiosk auf dein Smartphone, Tablet oder deinen PC. Über die Readly-App kannst du viele gängige Titel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für nur 9,99 Euro im Monat lesen. Du bekommst also über 4.800 Magazine zum Preis von nur einem. Als Fitness- und Mark-Hörer kannst du das Ganze für zwei Monate kostenlos testen. Geh dazu einfach auf readly.com-fmm. Ja und damit du gleich durchstarten kannst, habe ich dir dort auch meine aktuellen Fitness-Magazin-Tipps zusammengestellt. Das Angebot ist zeitlich befristet, also wenn du durchstarten willst, dann am besten jetzt. Geh auf readly.com-fmm wie Fitness mit Mark. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen,